Vor einiger Zeit habe ich Stieleis von Dione-Eis für euch getestet und dann habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, testet doch mal deren Eis aus dem Becher. Und siehe da, zwei Sorten haben sich ins Food Law Show Testlabor verirrt. Das ist die Sorte Darius, das ist die Sorte Anne, denn die habe ich mir mitgenommen, Sizilianische Pistazie und die Anne hat sich Chocolate Hazelnut mitgenommen und hat gesagt, komm kannst du auch im Video verwursten, deswegen einen Daumen nach oben für Anne, die ihr Eis auch für ein Testvideo opfert. Eigentlich ist es ja immer besonders schön, wenn man so ein Eis zum ersten Mal anbricht, aber sie hat gesagt, komm, wenn du das schon machst, dann darfst du auch mein Eis probieren. Ich bin sehr gespannt, das Stieleis, wie gesagt, das war sehr lecker und Pistazieneis ist sowieso etwas, was es viel zu selten gibt, war mal schlimmer und was aber auch meiner Meinung nach schwierig ist, besonders gut zu machen, denn, wobei eigentlich ist es nicht schwierig, denn man muss einfach nur genug Pistazie reinmachen, gute Pistazie, nur da ist das eigentliche Problem, Pistazie ist sehr teuer und deswegen sparen da sehr viele Hersteller mit und machen Aroma rein, färben es grün und was weiß ich, denn richtiges Pistazieneis ist nicht grün, das sieht eher so vergammeltes Moosgrün mäßig aus, was schon so ein bisschen die grüne Farbe raus ist, also gar nicht so richtig knallig grün, außer du hast 100% vielleicht Pistazie drin, aber so ist das eher so ein gräuliches Grün, würde ich mal behaupten und es gab schon einige sehr gute Pistazieneis hier auf meinem Kanal, zum Beispiel das von, ja jetzt ist der Name plötzlich weg, vor ein paar Sekunden war er noch da, von so einem Bio-Eis, ich verlinke es euch einfach in der Beschreibung, dann könnt ihr da mal gucken, habe ich im Denz gekauft, das war jedenfalls sehr gut, das von Globus ist auch sehr lecker, das Pistazieneis, also die Globus Eigenmarke, ja und jetzt schauen wir mal, wie das Dioneis ist und wie gesagt gleichzeitig noch, wie das Chocolate Hazelnut ist, 5 Euro oder 5,50 hatten sie gekostet, ihr habt es neulich im Kaufland-Einkaufsvideo gesehen, wie wir sie auch gekauft haben und jetzt lasst uns aber einmal vorher auf die Zutaten schauen, was da so drin steckt. Ich wollte eigentlich draußen für euch ein Testvideo machen, aber es war dann doch schon zu dunkel, deswegen müssen wir jetzt hier leider mit so ein bisschen künstlichem Licht Vorlieb nehmen, das macht so ein bisschen harte Schatten, das mag ich eigentlich nicht, aber es lässt sich nicht ändern, die Tage werden kürzer. Also, wir fangen mal an mit dem hier, weil ich freue mich natürlich am meisten auf Sizilianische Pistaz, deswegen schauen wir hier als erstes drauf, Holla di Waldfee, 310 Kilokalorien pro 100 Gramm und ist damit eines der gehaltvollsten Eis überhaupt, wird vielleicht nur von so einem Ben & Jerry's Peanut Butter Cup noch geschlagen, aber ansonsten, huiuiui, 19 Gramm Fett nämlich, Zucker ist so wie bei anderen Produkten auch, aber wir haben hier sehr viel Fett drin, vielleicht, weil hier sehr viel Schokosauce drin ist, was haben wir denn hier? Wir haben, kommt übrigens aus Litauen, wir haben hier Schokoladeneis, okay, schon mal keine Eiscreme, das ist schade, mit Haselnuss, Schokoladencreme und Kakao-Keksen auch noch, 28% Milch, also eher so italienisches Eis, keine Sahne-Eiscreme wie Hagen-Dazs oder Ben & Jerry's, hätte ich gerne lieber gehabt, dann haben wir Haselnuss drin, achso, Haselnuss-Schokoladencreme, 26%, also so eine Art, ich nenne das jetzt einfach mal Nutella, Zucker- und Sonnenblumenöl, Haselnuss, 9,5%, entöltes Kakaopulver, 8%, Magermilchpulver, Molkenpulver, Maisstärke, Emburgatoren, Säure, Lecithin, Aroma, leider auch irgendwie drin, aber es ist auch Sahne drin, 17% und damit eigentlich gar nicht so viel weniger als bei einem Ben & Jerry's, wo ungefähr so 25, 26 drin ist, wobei schon eine Ecke weniger, also wir haben Milch, Sahne, Eis und dann viel von so einer Soße mit irgendwie Kakao-Keksen, dann haben wir Schokoladenpulver drin, wo jetzt hier die Kekse genau sind, ach hier, 3,8%, also wow, sehr schokoladig und sehr reichhaltig wird das hier sein, dieser Schutzdeckel, der war übrigens schon drauf, also der war richtig drauf, ich habe den schon abgemacht, damit es ein bisschen antaut, hier haben wir jetzt so eine Art, ja so ein etwas festeres Schokotopping auch oben drauf, sieht man jetzt hier leider nicht ganz so gut, weil hier überall Lichter sind, aber es ist so ein bisschen, darunter ist das eigentliche Eis, wir kommen gleich dazu und hier haben wir das Pistazie, weil ich sollte eigentlich auch mit dem anfangen, weil das wahrscheinlich hier intensiver ist als das, dann sind die Geschmacksknospen nicht so übersättigt, Sizilianische Pistazie, 236 Kilokalorien, auch hier nicht wenig Fett mit 15,7 Gramm, deutlich weniger Zucker, dadurch gleicht es sich so ein bisschen aus, weil man hätte es eigentlich erwarten, dass bei 16 Gramm Fett, das ist auch ordentlich, dass dann so die Nährwerte so ein bisschen höher sind, aber die sind dann letztlich doch nicht so viel höher als bei so einem Ben & Jerry's oder so, weil wir hier einfach ein bisschen weniger Zucker auch drin haben. Nicht, dass das jetzt wichtig wäre, aber so rein, um zu vergleichen, Zucker, wie stehen die zueinander und können wir hier ein bisschen mehr Süße erwarten oder eben weniger und die Antwort ist weniger. Das haben wir hier als Zutaten drin. Wir haben 40% Milch drin, haben wir 20% Sahne, dann haben wir Sizilianische Pistazie und Pasta und 10% ist wirklich gar nicht so wenig. Ich glaube, das Eis, was der am meisten hatte, das waren so 12, 13 und da hat man wirklich einen sehr guten Geschmack gehabt. Dann haben wir Magermilchpulver drin, Emburgatoren, Stabilisatoren, Salz. Das war es. Kein Aroma, kein Pipapo, nichts zum Färben. Die Stabilisatoren sind so ein bisschen die Luft drin zu halten, denn wir sehen, es ist so ein bisschen Luft im Eis drin, ist jetzt also nicht so dicht, aber es ist auch keine Luft, also wie Cremissimo ist es irgendwo dazwischen und so ähnliche Werte hat man oft bei so italienischem Eis. Ich sage mal, in der Eiswiese sind sie meistens vielleicht, je nachdem wie es gemacht wird, ein bisschen dichter, muss aber auch nicht sein. Und zum Beispiel sowas wie Bruno Gelato, was ich eigentlich auch mal wieder testen müsste, hat ungefähr auch so einen Luftzuschlag. Also deutlich weniger Luft als bei Cremissimo, aber auch eine Ecke mehr als bei einem Bell & Jerrys oder Hagen das, wo wir bei 475 Milliliter eher so 410, 420 Gramm oder teilweise vielleicht sogar 430 haben. Pistazie haben wir hier. Das sieht ganz schmucklos aus, einfach nur als reingepresst Innenbecher und Fälchen, ihr seht hier auch dieses, wie gesagt, das mit dem Licht ist so ein bisschen schwierig. Kann man so besser, kann man das Licht hier drüber machen? Ne, kann man auch nicht. Ich mache mal das Licht ganz weg. Also ein bisschen grau-grünlich sieht das jetzt aus. Aber wie gesagt, mit dem hier an und hier oben haben wir jetzt, ja, oh krass, da ist wirklich so eine meterdicke Schoko, so ein meterdicke Schokotopping obendrauf und darunter ist das eigentliche Eis. Das seht ihr hier. Oh Mann, das ist echt, Mann, diese Lampe ist scheiße. So sieht man das besser. Also hier haben wir das Eis. Das hier sind vielleicht die Kakao-Kickstückchen. Seht ihr diese dunklen Stippen da drin und obendrauf wirklich fingerdickfass von diesem Topping, das erklärt, warum da so viele Umdrehungen drin sind. Und hier das eigentliche Eis. Ich werde das jetzt mal probieren. Jetzt mal das Eis hier unten, bevor wir zu dem reichhaltigen Topping kommen. Das sieht aber ganz gut aus von der Konsistenz. Sehr schokoladig. Also das ist wirklich lecker. Oh Mann, das nervt mich. Das nervt mich, dass das Licht so scharft. So, machen wir es einfach so. Ist ein bisschen dunkler, aber da hat man wenigstens nicht so scharfe Kanten. Lecker. Man hat so ein bisschen diese Kakao-Kickstückchen, die sind allerdings weich. Man merkt, dass es nicht so sahne ist, wie man sich anderes Eis, aber das ist doch wirklich voll vom Geschmack süß. Das ist super kakaoisch und schokoladig. Jetzt habe ich hier was von einem Topping mit dabei. Ach nee, doch nicht. So, hier jetzt Topping. Wow. Super reichhaltig. Sehr hasenussig. Nussig. Oh, wirklich lecker. Sehr intensiv. Stellt es euch wirklich vor, wie so eine Art Nutella, was man oben drauf macht. Hasenussig, kakaoisch. Lecker. Auch das Eis da drunter. Oben drauf, das Topping ist von der Intensität auf jeden Fall deutlich intensiver als das Eis. Aber so muss man sich immer so ein bisschen einteilen. Vielleicht nicht das ganze Topping erstmal wegfutter, weil dann fliegt man irgendwie auseinander. Also nicht jetzt im Sinne von auseinanderfliegen, weil man dann irgendwie platzt. Und dann, weil es einfach geschmacklich too much ist. Und danach ist man dann wahrscheinlich, hat man vielleicht genug, so dass man das Eis da drunter dann gar nicht mehr wirklich wahrnimmt. Deswegen würde ich das immer so essen, dass man immer so ein bisschen Topping hat und den Rest davon. Aber das kann natürlich jeder machen, wie er will. Also das ist schon mal sehr gut. Ich freue mich natürlich am meisten auf das Pistazie. Und hier gibt es nicht viel zu entdecken. Wir haben hier einfaches Eis. Hier sieht man auch, dass das wirklich jetzt hier nicht sehr viel Luft drin hat. Das hat eine schöne, glatte, cremige Konsistenz. Ja, und Eis riechen ist sowieso immer schwierig. Auch von der Konsistenz finde ich das schon mal sehr gut. Ich bin gespannt. Oh ja, das ist wirklich sehr gut. Sehr gut. Man hat sogar, Pistazien sind manchmal so ein ganz bisschen bitter. Das merkt man sogar ein ganz bisschen. Das ist nicht negativ. Ich mag das hier. Eine sehr schöne, glatte Konsistenz. Ein intensiver Pistaziengeschmack. Ganz cremig, ganz glatt und auch wirklich vollmundig, weil durch die Pistazie hat man natürlich auch hier, wo man jetzt nur Milcheis hat, mit aber auch, wie gesagt, 20 Prozent Sahne. Aber warum steht die Pistazieneis drauf? Das muss doch, das muss doch Eiscreme fast schon sein. Verstehe ich nicht. So rein vom Milchfettgehalt. Vielleicht wissen das die Litauer nur nicht. Aber eigentlich müssen sie es schon wissen. Sonst hätten sie... Nee. Also verstehe ich mich nicht falsch. Damit wollte ich nicht sagen, die Litauer haben keinen Plan, sondern es gibt ja diese deutsche Eisverordnung. Weil ich meine, bei 20 Prozent Sahne und so viel Milch, da müsste doch eigentlich genügend Fett drin sein. Könnte man eigentlich ausrechnen, wie viel Milchfett drin ist. Vielleicht reicht es aber auch gerade eben nicht. Ich weiß nicht. Das könnte ein bisschen knapp die Geschichte sein. Hm. Ganz tolle Konsistenz, ganz cremig, ganz glatt, lecker Pistaziengeschmack. Ich finde es sehr gut. Also vor allem von der Konsistenz wirklich sehr gelungen. Das hier ist reichhaltig, voll, super schokoladig, hasenussig, muss man alles mögen. Sehr voll und braucht die hasenussige Note, kommt alles sehr gut durch. Finde ich gut. Die Keksstückchen, das ist so ein bisschen Beiwerk. Das sieht schon aus, da kriegt man nicht viel mit, vor allem nicht, wenn man das Topping hat. Und das hier ist ein einfaches, leckeres Pistazien-Eis. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt irgendwie besser finde, als dieses eine, wo mir der Name immer noch nicht einfällt. Zum Beispiel das von Globus ist irgendwie intensiver noch vom Pistaziengeschmack. Ne, nicht intensiver, ist eh nicht intensiv, aber ist zum Beispiel von der Konsistenz nicht so geil. Kostet dafür auch weniger und ist trotzdem sehr empfehlenswert. Also wirklich eine leckere, pistazige Note. Und ich meine auch, dass das, wenn man das nicht mag, so ein ganz bisschen weniger bitter ist. Weil, wie gesagt, so ein bisschen, finde ich, kommt das hier durch. Dürfte nicht mehr sein. Aber es ist trotzdem sehr, sehr lecker. Und, ähm, ja, ja, würde ich sagen, zwei leckere Eis. Oh, lecker. Die ihr einfach mal probieren könnt, wenn es euch interessiert, was dann mehr euers ist. Das müsst ihr entscheiden. Vielleicht doch eins der anderen Eis. Von denen, wenn ihr eins probiert habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und schau. Ciao.